Was ist passiert? Wir müssen raus! Wir müssen sofort das Gebäude räumen! Was ist denn? Schnell! Meine Frau und ich sind in eine neue Wohnung umgezogen. Es ist schön hier. Sieht aus, als hätten wir mal Glück gehabt. Sollte unterwegs noch einen Supermarkt aufhaben, dann hol noch ein paar Sachen fürs Frühstück. Wir haben nichts mehr da. Ich dich auch. Rana! Was ist passiert? Wir wissen noch nicht, was geschehen ist. Auf einmal hörten wir ganz, ganz lautes Schreien. Rana! Die ganze Nachbarschaft wusste über diese Wohnung Bescheid. Es waren ja nicht nur ein, zwei Leute, die dort ein- und ausgingen. Wir erstatten Anzeige. Bitte nicht, das würde ich nicht aushalten. Was soll ich denn sonst tun? Was denn? Ich werde diesen Kerl finden. Wem gehört dieser Transporter? Du hast uns nichts davon erzählt. Was ist in dich geworden? Lass los! Du willst dich einem rächen. Ich weiß schon, was ich tue. Du hast wieder. Du hast dich heute dran. Du hast uns das. Du hast uns Cornell. Du hast Angst. Du hast uns gemacht. Untertitelung des ZDF, 2020